Das Hotel Selin 1 liegt in Marmaris in türkischer Gäse. 20% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Vergeben wurden von den 7 Bewertenden durchschnittlich 3,6 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2,8 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.